Louis hat Probleme in der Schule. Keiner will neben ihm sitzen seit Anfang der Schule. Und gibt's einen Grund? Seinen Rucksack. Du, ich hab gerade einen Auftrag reinbekommen. Ich muss zum Flughafen. Hä? Du hast gerade gesagt, du redest jetzt nicht mehr. Ich weiß, aber dann gehen wir 70 Euro durch den Lappen. So. Ja, schauen wir mal. Super. Okay, also Arbeit ist schon wieder am Wochenende. Ja. Schule. Es geht um Louis. Mobbing hat nie einen Grund. Heute ist der Rucksack, morgen haben wir was anderes. Wir sind seine Eltern. Wir müssen ihm helfen, sich anzupassen. Das muss bis morgen gemacht sein. Ja, alles klar. Das ist echt krass, wie ein Chef von euch profitiert. Wenn ich keine Arbeit, liegt raus. Wohin? Kinderkrankenhaus. Notaufnahme. Er driftet immer mehr in seine Fantasiewelt ab. Ich bin eine im Himmel gefallene Wolke. Wie schön, Mann. Verträumtes Kind gewesen. Ich bin die Erde zwischen Tag und Nacht. Ein einsamer Planet. Louis ist die Treppe heruntergefallen. Sie haben ihn geschubst. Wer hat ihn geschubst? Finn. Es passiert ständig, dass eine Schule das Mobbing leugnet. Sag dem Direktor, dass ich mit ihm reden will. Die werden dich anzeigen, wenn du dich jetzt nicht entschuldigst. Nein! Ich habe nur das gemacht, was jeder vernünftige Vater getan hätte. Die Vorstellung, dass Louis in dieser Schule ständig ausgelacht und erniedrigt wird, ich kann das nicht mehr ertragen. Genau das, was die Schule will. Und zwar unsichern. Scheiße! Alles wird gut. Alles okay? Ich will nicht wieder in die Schule. Ach, Louis.